Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Neuanfang. Und zwar sollte es wirklich der Neuanfang sein. Ich hoffe, dass in der zweiten Phase alles gut geht. Und wenn dann alles gut geht, dann werde ich vor YouTube aufhören. Ich habe so ein 1 und 1. Ihr wisst ja noch den Skandal. Meine Gefühle sind auch vorsichtiger, würde ich mal sagen. Ich bin selbstbewusst irgendwie geworden. Meinen Unterdack kann ich gleich mal in mein Bett schmeißen. Meinen Unterdack kann ich gleich mal in mein Bett schmeißen. Meinen Unterdack-Scheide. Weil die stresst uns nicht. Ready. Ready. Wo hier ready steht. Ich brauche mich hier ready haben. Ready. Find it squared left find it. So eaten. So eaten. Das war's für heute.